Ich muss sowieso dann nachher noch in die Richtung. Ja gut, ich mach nichts und der läuft einfach so weiter. Jetzt sind ja wieder so riesige... Hallo, ihr wundert euch sicherlich warum ich im Hauptmenü bin und in die Welt wieder reingehe. Aber das liegt daran, ich hoffe mal ich bin ja an der Stelle wo ich auch mein Laptop weg war. Nein, ich wurde leicht zurück gesetzt. Die Hunde sind noch da, schön. Ah ok, ich weiß wenigstens noch wo ich hin wollte. Und zwar hier rüber, ja bin ich ja rüber. Und zwar, ja Windows hat ein paar Updates installiert so nebenher. Und dann hat sich halt gedacht, ja, Lull, die installieren wir jetzt einfach mal, pam, bauen wir den Laptop mal runter. Ja gut. Dann war eben das Spiel in die Aufnahme weg. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr ehrlich gesagt. Weil ich renne jetzt hier schon eine Stunde rum und finde nichts. Außer die Hunde. Gehen wir noch hinter den Berg. Oder an den Berg. Oh, habe ich keine Lust auf den Berg. Ich gehe an den Berg noch vorbei. Und dann, ja, werde ich glaube die Folge noch beenden. Und dann laufe ich in der nächsten Folge voll nach Hause. So, ich komme vielleicht mal beim nächsten Berg hoch. Und vielleicht einfach noch einen besseren Überblick. Oh, jetzt wird es auch noch. Wenn ich jetzt einfach dahinter im Dschungel ziehen würde. Dann der Büsch, ich fände es so schön. Aber ne, in Birkenwald. Aber ne. Ah, ne. Die Poppisch habe ich schön gespawnt da oben. Hast du echt toll gemacht. Verpiss dich. Ja, da sind meine... Schöne Hunde dann teilweise drauf gegangen. Naja, egal. Ich gebe denen dann mal nichts zu essen jetzt. Sondern ich gehe jetzt einfach aus der Welt. Ich darf jetzt noch schön rennen und so. Oh, ich bin... ja. Das war dumm. Gut, wenn man so weit springen kann wie ich. Ich komme jetzt mal ganz schnell nach unten. So... Äh... Fackel rein. Die Hunde chillen jetzt ein bisschen oben. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen bei der... etwas langweiligen Hin und Herreise. etwas langweiligen Hin und Herreise. Äh... Wenn ich nichts finden muss, ich habe... Dann gehe ich... Mache ich erstmal andere Aufgaben. Und ich gehe dann später nochmal los auf die Suche. Also bis zum nächsten Mal dann. Ich soll ja hier rausgehen. Damit alles ordnungsgemäß ist. Und ach ja, als Beweis... Dass es runtergefahren ist, könnt ihr einfach mal auf meinen eigenen Kanal gehen. DominikLP. Da ist ein Video, das heißt... Cool Windows. Ja. Da wird das kurz geschildert. Also bis dann. Ciao. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zum nächsten Mal. Von Sparks Challenge. So... Äh... Hallo Hunde. Äh... Schlechter ist es Nacht. Hm. Ich muss kurz auf meinen Zettel schauen. Zu welchen Koordinaten ich muss. In die Richtung. X83. Ja, das ist dann in die Richtung. Wow. Ich bin grad leicht erschrocken. Weil er da so komisch rumkämpft ist. Und dann... Aber es nicht so ganz raus geschafft hat. Ja, meine Hunde können sich ja teleportieren. Wenn sie... Wenn sie langsamer sind als ich. Ich hab's voll gut. Vielleicht bin ich auf dem Weg. Was tolles. Kill the skeleton. Perfekt. Die Landschaft sieht ja ganz nett aus. Aber wenn nur die Landschaft so down kommt. Ist auch doof. Gibt's da hinten auch genau. Was auch mir aufgefallen ist. Wenn ich mal ein Dorf finden würde. Dann würde ich da nicht nur tauschen können. Also... Items. Sondern ich könnte... Da werden dann auch Karotten und Kartoffeln angepflanzt. Und dann müsste ich es nicht von Zombies mehr holen. Was ja... Nur mit ner ziemlich geringen Wahrscheinlichkeit passiert. Vielleicht von denen eben bekommen. Hm. So in dieser Aufnahme Session will ich mal. Dann voll heimlaufen. Und dann würde ich, wenn ich auf dem Weg nichts interessantes finde. Als nächstes in den Nether gehen. Dann würde ich mal ein kleines versionen... Ich glaube da brauch es nicht so lange bis man da mal... Ähm... Ähm... Eine nezter Fessel gefunden hat. Gehen wir nicht in den Wald da rein. Da ist es ein wenig dunkel. Gehen lieber in die... Ich hasse die kleinen Zombies. Auf der kleine Hund, der verrägt mir gleich da unten wahrscheinlich noch, weil er keine Luft mehr will kommen. Hallo, 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 warte mit roten Fläsch. Ah, das hab ich gar nicht ein, sonst hätte ich damit die Hunde wieder aufpeppen können. Oh, was komm ich mit dem Skelett? Los, Skelett. Nein, ich hab's auf den Körper geschlagen. Schön, Hunde. Keine Hünderpearl, schade. Aber jetzt ist das andere Enderman dran. Da ist sie nicht wegteleportiert. So, jetzt muss ich mal meine Hunde wieder aufpimpen. Wow. Kommt her, Hundis. Weil das ist ja schon nicht so gut vorher im Körper, wenn ihr so fast tot seid. Ja, gut. In der Perle. Wo ist sie denn? Äh, was würf ich raus? Schnell, sag was. Perle. Okay, guck mal, mit Hunde. Hab das toll gemacht. Ah, eine Hexe, komm. Ja, genau. Gleich die harte Vergiftung, alter. Oh, nein. Nein! Oh, ich will jetzt... Nichts gefährden. Ja, ich war grad kurz durch. Weil, ja... Meine Mission sah leicht gefährdet aus. Ich hatte ein wenig Angst um mein Leben. Und ich will dieses Projekt schaffen ohne zu sterben. Das wär doch auch mal was. Ja, regenerier dich mal schneller. Mein Essen geht langsam aus. Aber ich habe ja genug noch Fleisch dabei. Ich hab's auch im Bett. Ja, okay. Ja, okay. So. Warte, bis wohl regeneriert ist. Brau mich dann raus. Oh, scheiße, das war mein Hund. Jihi. Und so, gut. Habt ihr aber gut gemacht. Schön getötet hier. Alter, der ist ja richtig am Arsch. Komm her. Ja. Die waren ja richtig kaputt. Okay, ich muss in die Richtung, glaub ich. Ja. Ich mach den bald nicht. Ich hab jetzt tagsüber auch. Monster. Dad isn't so gut. Mhm. Wenn die blöden Zombies an mir noch immer, äh, ich mein Hunde, noch immer vor, vor mich springen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich da mal aussehen antöte. Was ich doch gar nicht will. Da oben schön ein Skelett. Würde ich jetzt mal gekonnt umgehen. So. Mal schauen, wie lange ich noch brauche, bis ich zu Hause wieder bin. Übermöglichstens wieder eine Ebene. Da hab ich keinen Bock mehr auf den Wald. So. Ist x83, muss ich glauben. Ja, jetzt kann ich ja ein bisschen sprinten hier. Weil, ja, sind ja kaum Hindernisse da. Nein, kommt da jetzt schon wieder so in den Wald. Hätte auch einfach ein Dschungel sein können, man. Vorher sowieso einen. Ich bin noch kein Leben da rum. Wobei der Ebene ist. Weil ich will nicht in den Wald rein. Ich hab voll Angst, ey. Na egal, ich halt jetzt so, wenn der sich da so in einem Kreis um mich rum eben schließt. Da muss ich eben durch. Naja, das hab ich auch nicht gefunden für Slimes. Oder wegen Slimes. Yo, was hat das gerade? Da hat's gerade heftig gereckt. Oh, ich muss das mal. Ja, direkt in die Richtung. Ups. So. Komm schon. Lärg nicht so rum. Echt doof. Ja gut, und dann spring ich natürlich hier rein. Toll. Oh ja, ein Ort. Oh ja, ein Ort. Oh ja, ein Ort.